Update Nr. 3 Gut, dann mal Update Nr. 3 denke ich mal. Also ich bin ja jetzt auf dem Spielfeld und momentan... Sieht ja... Ist eigentlich ziemlich ruhig jetzt geworden. Ich glaube es ist so 12 Uhr plus minus... Moment... Schau mal gleich auf die Uhr, weil das würde ich schon gerne wissen wollen. Es ist 12.39 Uhr. Im Prinzip Mittagspause. Ich habe von der Orga jetzt gehört, dass sie alle Leute zurückpfeifen, damit sie jetzt eine Mission anstarten wollen. Jetzt, was ich mitbekommen habe, ja es läuft. Es sind nach meiner Meinung nach einfach zu wenige Spieler für so ein Spielfeld wie dieser. Placer ist viel viel größer. Ich glaube es sind 150 Spieler heute momentan unterwegs, plus minus. Muss man nachfragen, wie viele überhaupt da waren. Also wenn da wirklich so 300, noch mehr wären, dann könnte man hier ein bisschen den Spielfluss erreichen. Momentan... Also ich würde jetzt nicht sagen, es läuft gar nichts hier. Es gibt schon hier ein paar nette Action-Szenen, aber... Jetzt... Es sieht irgendwie irritierend... Leise ist es. Aber mal schauen. Gleich gehe ich da zur Orga zurück. Zum Camp, wo wir schauen, was drauf wird. Es gab immer wieder die Behauptung, dass die Orga kaum bis gar nicht ins Spielgeschehen eingegriffen hat. Vor allem am Ende des Spiels. Ich persönlich kann es nur teilweise bestätigen. Ja, also die Orga war nicht immer das ganze Spiel anwesend, um Situationen perfekt zu lösen. Jedoch würde ich dieses Fehlverhalten eher auf ihre Unerfahrenheit zurückführen, da es doch ein paar nette Momente gab, wo die Orga sich eingeschaltet hat, um Missionen voranzutreiben. Wie zum Beispiel die Mission mit den Schwarzmarkhänden. Was ist denn hier los? Das ist ja wie im Krieg. Mann du! Ich sehe was! Nein, 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 ich schaue wieder auf. Danke. So, so sind die Sachen hier. Die Teufel, alle abmachen, lass es machen. Was? Das geht aber flott bei Ihnen hier, du. Jungs, bevor das hier jetzt weitergeht, gucken wir mal eine Karte. Der Mann hat... Kommen wir jetzt erst. Kommen Sie ran, kommen Sie ran! Damit Sie die Information auch bekommen. Ihr müsst doch mal gucken. Ihr müsst doch mal gucken. Da, 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 so, da, da. Ja, vorhin war die Info da. Ups, ja, ich meine da. Da, 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 da. Weißt du, wo ungefähr die Bombe ist? Wie eine Bombe? Und ja, wer hätte das denn gedacht? Der angebliche Fundort hat sich als Fall herausgestellt. Und... Randios! Die Bombe ausziehen! Schuss! 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 Und das sind die drei Leute, die den Flugtrupp aufgenommen haben. naja wir müssen das Fenster das wir durchschauen ein gest również das ist ein kleinst ab wir müssen ab Um für etwas Abwechslung zu sorgen, präsentieren wir Ihnen jetzt Geschrei. Klassik! 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 Nächster Vlog-Eintrag. Es ist jetzt gerade ein bisschen Action unterwegs. Die zwei Frauen bekämpfen sich. Und ich habe noch einen Toten gefunden. Und was magst du zum ganzen Event? Ja, läuft eigentlich soweit ganz gut. Ein paar Sachen, naja, da hängen wir irgendwo ein bisschen fest oder da fehlen dann einfach mal die Gegner. Zum Beispiel? Na vorhin hatten wir ein bisschen im Ellhaus, da war ein bisschen viel Ruhe, also im großen Haus hier vorne. Ja, stimmt. Da hätte ein bisschen mehr Action passieren können, aber jetzt ist ja hier wieder gut Action. Ja. Wie viele Spiele sind wir eigentlich auf diesen Event heute vertreten? 150? Ich glaube ja, so in dem Drehen. Plus Minus halt. Ja. Ich bin Medic! Und das ist aber schön. Der kommt sicher an. Ich habe leider kein Verband. Ich brauche ein Verband. Und dann schnappst du da vorne den Sniper. Der wird reanimiert von uns. Da vorne, der Busch. Der Busch. Gerne raus. Das ist ein Ding, du schaffst. Geh nehm mal mit. Okay. Oh ja, dann bin ich dabei. Na ja, auf jeden Fall. Momentan ist, wie soll ich mal am besten sagen, so in einem Wort, es plätschert hin. Ja, es nimmt langsam Fahrt auf. Sniper, du bist noch nicht lange genug hin. Bleib da liegen. So. Ah, hin. Also später hin. Wie war das? Dann gibt's das für Arzt, ne? Ja. Das läuft der Rücken auf. Ja, ist doch nicht das. Ja, das ist schon mal wie sicher jetzt geht. Ja, schon mal. Wenn hat jemand was für uns geschaffen? Ach, das war schon mal eine Stunde in Bekannenschaften. Achtung, auf der anderen Seite ist das Haus zu brechen. Brauchen wir jemanden rein? Ja, hier! Geht so. Wir haben noch seit 20 Stunden. Hier, wir sind zu zweitig und rausziehen. Aber die Ecke gehen runter. Die dukt hier rein, schnell. Zeig mir, was merken Sie? Ich bin Jani, ich bin Jani. Ich weiß nicht, ob diese drüben hier... Sind die Bilder? Ja! Ja! Wenn Sie sich anfassen, müssen Sie aber aufstehen und laufen. Ja! Kommst du zu mir? Wo sind Sie denn? Hier, die Baumreihe hier. Was? Die Baumreihe hier neben dem Gebäude. Die dicke Baumreihe. Da dahinter ist einer. Okay. Nicht zu zocken. Nicht zu zocken. Nicht zu zocken. Es ist der Weg, man kann nicht zu frei. Nein. Vielen Dank.